... der Polizei ein und ein Musikkorps der Bundeswehr. Die beiden großen Orchester werden jetzt gleich die deutsche Nationalhymne intonieren. Vorher aber wird der Berliner Bürgermeister, der regierende Bürgermeister Eberhard Diebken, eine Trophäe an den Vizepräsidenten des deutschen Fußballbundes, Otto Andersen, überreichen, die weit mehr Schlagzeilen gemacht hat als der DFB-Pokal während der letzten Wochen. Die gute alte Viktoria nämlich, da haben wir sie. Bis 1944 wurde sie alljährlich dem deutschen Meister überreicht, dann tauchte sie buchstäblich unter und kam erst nach dem Zusammenbruch der DDR wieder zum Vorstein. Zeitweilig wurde sie, wie man mittlerweile weiß, sogar in einem Kohlenkeller gelagert, wahrlich schändlich für eine Statue, die vor dem Krieg von Millionen Fußballanhängern geradezu vergöttert worden ist. Doch mit der Wiederkehr der Viktoria begann ein Streit um die Besitzrechte. Das Land Berlin berief sich darauf, die Trophäe als allgemeines Kulturgut von der ehemaligen DDR übernommen zu haben. Die Viktoria müsse im Museum bleiben, sagte man, und dort für jedermann zugänglich sein. Der DFB wiederum wandte sich mit der Bitte an den Regierenden Bürgermeister Eberhard Diebken, sich doch persönlich für die Rückgabe der Viktoria einzusetzen. Dies geschah nach etlichen Irrungen und Wirrungen, erfreulicherweise im Januar dieses Jahres. Per Senatsentscheid wurde die Viktoria dem DFB zugesprochen. Und das sehen wir jetzt hier leibhaftig. Hermann Neuberger kann ja nicht hier sein, der DFB-Präsident. Er musste sich einer schweren Hüftgelenksoperation unterziehen. Also sein Vize-Otto Andres übernimmt sie jetzt. Und künftig soll die Viktoria wieder als Meisterschafts-Prophäe verwendet werden, gemeinsam mit dem auch als Salatschüssel bekannt gewordenen Meisterteller. Hier sehen wir also den Regierenden Bürgermeister und hören ihm mal zu. Ich übergebe ihm die Viktoria. Liebe Fußballfreunde, die deutsche Fußballfunktion mit seinen Rektonaren und anderen Verbänden, mit seinen 30.000 Vereinen und 6 Millionen Mitgliedern und alle Freunde des Hundenleders in diesem Stadion freuen sich, dass die Viktoria wieder nach Hause zum Deutschen Fußballbund gekehrt ist und dass wir im nächsten Jahr dem deutschen Fußballmeister wieder die Viktoria übergeben können. Berlin, herzlichen Dank! So, haben wir auch das erledigt. Schöner, alter, mächtiger, wilhelminischer Pott. Und jetzt werden wir ihn die beiden Mannschaften näher bringen. Eingeblendet mit Foto. Die Hannoveraner vielleicht nicht gar so geläufig wie die Gladbacher, die wir hier haben mit der 1, Uwe Kams, mit der 2, Thomas Kastenmeier, die 3, Michael Klinkert, der 4, Thomas Huschbeck. Das ist er. Klinkert, Huschbeck, jetzt kommt mit der 5. Fach, Holger Fach, die 6 hat Jörg Neun, die 7, Martin Schneider, die 8, Karl-Heinz Flipsen, die 9, Martin Max, die 10, Christian Hochstetter, und mit der 11, der Torjäger, der gefährlichste wohl, Hansjörg Kriens, der Kapitän. Und der Trainer, Jürgen Gelsdorf, doch angespannter, als er zugeben will. Kein Wunder, wenn er heute hier verliert, als der verbandige Favorit, dann wird er sich erstmal in einen Sack verstecken. Das ist Jörg Sievers, der Held des Halbfinals, mit der 2 haben wir Bernd Himsoth, mit der 3, Jörg-Uwe Klütz, mit der 4, Jörg Kretschmar, der früher mal den Gladbach spielte, mit der 5, Roman Wojcicki, der Libero, mit der 6, Axel Sundermann, die 7 trägt Michael Schönberg-Christensen, ein Däne, die 8, der Mannschaftskapitän Karsten Suhrmann, einer der ältesten in der Mannschaft mit 32, die 9, wird Oliver Freund überstülpen, die 10, Milos Djelmasch, und mit der 11, Michael Koch, der ein sehr wichtiges Torschuss im Halbfinale gegen Bremen, und hier haben wir den Trainer, Michael Lorkowski, der uns allen sehr viel Freude macht mit seiner Lockerheit, mit seiner Ungezwungenheit, und der hier in dieses Spiel geht mit seiner Mannschaft, die kommt hier gerade an der Seite der Gladbacher und sagt, wir spielen so gut, wie wir können, und wir wollen mal sehen, noch ist nicht aller Tage Abend, Gladbach eindeutig der Favorit, aber wir haben vier Bundesliga-Mannschaften aus dem Rennen geworfen, und warum sollte uns das nicht ein fünftes Mal gelingen? Günther Jauch hat es gesagt, 76.500, Riesenstimmung, wunderschönes, warmes Sommerwetter, eine tolle Festtagsstimmung, macht viel Spaß, hier heute zu sitzen im Berliner Olympiastadion, und dieses Spiel zu kommentieren, diese Freude, diese Ausgelassenheit, diese Festlichkeit auf sich wirken zu lassen. Die Hymnen. Die Hymnen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Ball ist im Aus. Vielleicht könnten wir uns ganz schnell noch mal vor Augen führen, wie die beiden ins Finale gekommen sind. Gladbach über Wattenscheid, den SC Jülich 1910, Fortuna Köln, Stuttgarter Kickers und Bayer Leverkusen. Die 96er über Marathon 02 Berlin in VfL Bochum, Borussia Dortmund, immerhin Bayer Uerdingen in KSC und Werder Bremen. Die 96er über Marathon 02 Berlin in VfL Bochum, Borussia Dortmund, immerhin Bayer Uerdingen in KSC und Werder Bremen. Die 96er über Marathon 02 Berlin in VfL Bochum, Borussia Dortmund, immerhin Bayer Uerdingen in KSC und Werder Bremen. Angekündigt, dass Jörg-Uwe Klütz, der Mann mit der Nummer 30, um Jörg Kriens kümmern werde. Das tut er jetzt auch. Klinkert ist bei Koch und Sundermann bei Martin Max. Und die Chance für Koch. 4,5 Minuten gespielt. Erste gute Szene für Hannover 96. Martin Schneider, enormer Kämpfer, mit Tordrang, kam von Nürnberg nach Gladbach, hat er mal für Bayern gespielt. Inzwischen eine feste Größe im Mittelfeld der Gladbacher und Karl-Heinz Pflipsen mit der Macht. Ein exzellenter Techniker. Foulspiel, indirekter Freistoß für Hannover 96. Applaus Lisa, erklinkert. Martin Max. Die Hannoveraner machen das ganz geschickt. Lassen die Gladbacher auf sich zukommen, in die eigene Hälfte. Decken dann Mann. Ganz eng. Jeder hat einen. Das ist das Spiel, das sie beherrschen. Und das ist auch das Einzige, was sie richtig gut können. Das sagt auch ihr Trainer immer wieder. Wir sind keine große, brillante, technisch spielende Mannschaft. Wir müssen auf Defensive eingestellt sein. Wir haben keine Stürmer. Wir leben vom Kampf. Wir leben von der Taktik. Thomas Huschbeck, der Vierer, macht sein letztes Spiel für Gladbach. Hier sehen wir nochmal, wie er an Jellmasch herangeht, entschlossen. Geht zu Fortuna Düsseldorf. Aber ich denke, dass er mit dem nötigen Elan heute nochmal dabei sein wird. Ganz enge Mann-Deckung bei den Hannoveranern. Ich bin gespannt, wie lange sie das durchhalten. Und wie lange die Gladbacher brauchen, um sich umzustellen. Der Neuner hier ist Oliver Freund. War eine Weile gesperrt. Junger Mann, 22 Jahre, 1,90 lang. Ausgeliehen von Werder Bremen. Und geht in der neuen Saison von Hannover nach Freiburg. Und vielleicht dann wieder zurück zu Werder. Das weiß er noch nicht genau. Ja, lange Fackeln darf man ja nicht. Die Hannoveraner entschlossen. Und Eckball. Erste Ecke für Hannover. Das übernimmt Jörg Kretschmer, der mal für Gladbach spielte ein Jahr lang. Klug hinüber gewechselt. Und Foul, ja. Foul an Thomas Kastenmeier. Sehen wir nochmal. Kann man sehr gut verfolgen. Freistoß. Kastenmeier, der für seinen gewaltigen Schuss bekannt ist. Und von allen auch gefürchtet. Was ist das denn? Vorlage für den Gegner Krenz. Bernd Himsoth. Zusammen mit Kretschmer. Ruhig. Christian Hochstetter. Etwas zu vehement. Sehr geschickt hat er das gemacht. Oliver Freund. Und die Chance für Koch. Yeses. Yeses. Hervorragend gespielt. Schön kurz. Nach zehn Minuten hätte das das 1 zu 0 für Hannover 96 sein können. Koch ist immer für ein Torgut. Foul von Jörg Kretschmer. Freistoß. Alle Hannoveraner, hier sehen wir die Szene noch einmal, die zum Freistoß geführt hat. Alle Hannoveraner wieder zurück bis an den eigenen 16-Meter-Raum. Warten auf den Gegner und versuchen dann zu kontern. Mit der 2 wieder Kastenmeier. Sechs Tore hat er während der Saison geschossen, davon vier Freistoß-Tore. Und drei hat er im Pokal erzielt. Also, seine Schussgewalt ist bekannt. Und wir sehen am Boden auch Jörg Kretschmer, der den Ball wohl in den Magen bekommen hat. Da sehen wir es, ja. Mit dem Ellbogen noch ein bisschen abgewehrt. Aber da war noch genug Saft dahinter, um ihn von den Beinen zu holen. Scheint ein bisschen benommen zu sein. Wiederholung. Halbarm, halbauf. Tut weh. Links Gelsdorf, rechts Lorkowski. Ein herrlicher Kerl. Sportlehrer mit Einser-Examen. Verlässt Hannover 96. Weil ihm die Querelen in der Stadt und in seinem Klub zu groß geworden sind. Geht zurück zum FC St. Pauli als Trainer. Und nimmt noch ein, zwei Leute aus der Mannschaft mit. Wahrscheinlich Carsten Suermann und eventuell auch Michael Koch. Den Soth. Falsch berechnet. Ja, ja, ja. Und da hat Uwe Kamps alle Hände voll zu tun. Also, ich muss sagen, der Zweitligist hält sich ganz prima während der ersten Viertelstunde. Zum sechsten Mal steht ja einer aus der zweiten Liga oder einer Oberliga-Mannschaft im Pokalfinale. Und Freistoß. Jormanns Fuß zu hoch. Sehen wir nochmal. Ja. Gefährliches Spiel. Max. Und Ecke für Gladbach. Kastenmeier übernimmt das. Großartige Abwehrreaktion von Jörg Sievers. Hochstädterköpfte. Sievers in der Luft. Seine große Stärke auf der Linie. Sehr gute Reflexe. Sehr gutes Sprungvermögen. Zweite Ecke für Gladbach. Nein, 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 Freistoß. Gar keine Frage. Jan Hoferaner wollten weitermachen. Und es scheint ernster zu sein. Für Kastenmeier. Wiederholung. Er fährt ihm voll in die Beine. Da hat der Mann, der sich auf den Ball konzentriert, keine Chance. Und solche Fouls sollten wirklich ernsthaft gestraft werden. Und die Chance für Kriens. Das ist seine Stärke. Enormes Sprungvermögen. Und dann mit dem Kopf dazwischen. Er war lange verletzt. Und die Gladbacher waren heil froh, als er zurückkehrte. Jörgen Gelshoff ist sicher, dass er sie vor dem Abstieg bewahrt hat. Wiederholung. Ball in der Luft. Kriens geht hoch. Den abzublocken, wird nicht einfach sein. Den abzublocken, wird nicht einfach sein. Den abzublocken, wenn er es nicht mehr hat. Den abzublocken und weißig. Er war lange verletzt. übertrieben energisch jörg 9 bei stoß carsten suhrmann kapitän lipsen am sonntag habe ich hannover 96 hier gesehen der hertha bsc im stadion unterschied ist so als hätten sie da und dort doch angst vor großen namen beispielsweise wo walter junghans im tor der berliner aber heute muss man sagen haben sie die hosen wirklich nicht voll wie ihr trainer vermutet hat sie haben das spiel wirklich im griff viel übersicht halten ihre taktik durch sind schnell aufmerksam ein guter gegner für mönchengladbach ein ernstzunehmender flipsen 18 minuten gespielt 0 zu 0 und der bundesligist tut sich schwer in der totalen ist sehr schön zu sehen wie eng die hannoverane ihre gegner decken kaum ein anspielpunkt frei für die gladbacher aber das kostet natürlich kraft uwe kamms nach seinem fantastischen spiel im halbfinale schöpfte er neue hoffnung auf einen einsatz in der nationalmannschaft da hat die vogts hat noch nicht reagiert aber könnte sein dass er die nummer drei ist in deutschland 27 jahre alt wartet schüttlich darauf vater zu werden vater einer tochter das weiß er schon ja schaus für hochstädter eckte nummer drei ok sehr schön gemacht sehr gut von Karl-Heinz Flipsen, den 21-Jährigen, die Ecke von Kastenmeier und die Abwehr dann aus der Luft hinter den Ball, gar nicht schlecht. Die Gladbacher zweifelsohne öfter am Ball, aber die Hannoveraner stehen gut. Manolo, den die meisten von Ihnen aus den Bundesligaspielen der Gladbacher kennen, ein Stimmungsmacher mit Bauke. Klinkert verletzt am Boden, bei dem Aus, die Ärzte kommen. Hier sehen wir die Szene nochmal. Ja, Bernd Hemsuth läuft voll auf ihn auf und trifft ihn sowohl am Oberkörper als auch weiter unterhalb. Sehen wir nochmal. Ach, mit dem Fuß auch nach vorne noch. Das hätte noch viel böser enden können. Kann glücklicherweise weitermachen. Es ist immer noch ziemlich warm und viele Spieler am Spielfeldrand bei solchen Gelegenheiten erfrischen sich. Ich denke, dass immer noch so an die 25 Grad sind. Schön für uns alle, die wir zugucken. Weniger attraktiv für die, die da unten kämpfen. 1M B 1M Untertitelung des ZDF, 2020 Sehr geschickt, aber Jörg Neun ein Schritt zu spät bei dem Aus. Erinnere Abschläge von Uwe Krams, die im gegnerischen 16 Meter Raum landen. Seine Mitspieler sind darauf eingerichtet, aber auch die 96er haben schon davon gehört. Kompliment bis jetzt für die Abwehr. Ja, Holger Fach, wie immer souverän, technisch erstklassig, war ja Nationalspieler, fünf Länderspiele hat er gemacht für Deutschland. Letzten Wochenende noch ziemlich verletzt mit einem dicken Bluterguss in der Wade, aber es geht schon wieder, hat er heute Morgen auch gesagt. Alle Gladbacher rücken nach bis auf Fach und alle Hannoveraner ziehen sich zurück und passen auf. Einmal hat ein Zweitligist es geschafft, einen Erstligist zu patschen, das war Klick aus Offenbach gegen den 1. FC Köln. Druck jetzt von den Gladbachern. Kastenmeier. Und da ist noch der lange Wojcicki, 1,93, der Libero, der Hannoveraner, der manches wegräumt da hinten. Polnischer Nationalspieler, 59 Länderspieler hat der Mann. Also ein erfahrener, ausgebuffter Junge, manchmal ein bisschen langsam, aber hat ein ausgezeichnetes Auge, erstklassiges Stellungsspiel, vierte Ecke für Gladbach, Jörg Neun. Ja, 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 da war er wie der Kriens, also den darf man natürlich nicht zum Kopfball kommen lassen. Das ist klar, nochmal, Inside Lupe. Und da kommt er herangeschossen. Hat auch seine Länge, nämlich 1,89. Er war dabei, 84, beim verlorenen Spiel der Gladbacher gegen die Bayern damals in Frankfurt. Nach Elfmeterschießen, als Lothar Matthäus, das wissen Sie noch. Der dann kurz darauf zu Bayern München wechselt den Ball übers Tor, Drosch. Und Martin Max, kräftiger, dynamischer Mann, der manchmal etwas zu hart einsteigt. Gebremst und Gegenzug, Himsoth. Kretschmar, Kretschmar. Junge, Junge. 2 zu 0 könnte es mühelos stehen für die 96er. Der Gegenzug läuft, deshalb warten wir auf die Zeitlupe. Jetzt haben wir, ja, jetzt haben wir Zeit. Ich höre schon, Norbert Hillmann in der Regie sagt, kommt gleich. Hat man noch einen Moment, die Gladbacher gerade so richtig auf Touren. Jetzt ist er bei dem Haus. Wiederholung. Abgewehrt. Und Kretschmar nutzt die Chance. Aber Kamps. Das ist ja ein guter Mann. Ein sicherer Rückhalt. Geht weiter. Ein Mann stand direkt daneben. Hat kein Foul gesehen. Aber jetzt stand er wieder daneben. Das war wie eine kleine Revanche. Von Christian Hochstetter. Oft auch so erfahrenen Leuten nicht passieren. Klar, den Ball gespielt. Und jetzt sehen wir das Foul an Carsten Suermann. Richtig reingesetzt, wie wir sagen. Gestern Abend hier beim Aufwärmtraining hat er mir noch erzählt, Carsten Suermann. 13 Jahre bei Hannover 96. Noch nie verletzt. Hoffentlich bleibt es dabei. Er ist ein bisschen traurig, weil er so gerne mit seinem Trainer Michael Dorkowski zu St. Pauli gegangen wäre. Aber jetzt wollen die Hannoveraner von den Hamburgern 75.000 Mark Ablöse haben. Und er ist sicher, dass dieser Transfer auf diese Weise nicht über die Bühne geht. Wer gibt schon für einen 32-Jährigen, hat er gesagt, so viel Geld raus. Und er hätte eigentlich erwartet, dass nach so vielen Jahren der Treue in diesem Klub sich der Verein, der das Präsidium generös gezeigt hätte. Und hätte ihn so ohne weiteres ziehen lassen. Aber, sagt er, der Undank ist der Weltlohn. Das wissen wir ja alle. Warten wir es ab. Er steht wieder. Und wird weiterhin das Spiel seiner Mannschaft aus dem Mittelfeld antreiben. Freistoß Wojcicki. Kann man so oder so sehen. Rücke gebaut oder aufgestützt. Wer will das so genau sagen? Und Freund. Jalmers. Weiter, 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 sagt der Einemann. Bisschen umstritten, aber er war drei, vier Meter daneben. Hat er besser gesehen als wir. Und Wojcicki, wie gesagt, mit sehr viel Routine, kluge Stellungsspiel. Wichtiger Mann dahin. Gute halbe Stunde gespielt. Immer noch 0 zu 0. Wer könnte aus sein? Ja, war gut gegangen. Ja, jetzt Pfiffe gegen den Favoriten, ganz klar. Er spielt auf Sicherung. Aber er hat gesehen, wer ihm da gegenüber steht. Und riskiert auf keinen Fall hier Kopf und Kragen. Bach zappelt zu lange. Oh, das hätte geklappt. Das hätte geklappt. Da wäre Milos Djelmasch durch gewesen. Jetzt die Gladbacher mit Hochstädter. Sehr geschickt weiterhin die 96er Defensive. Nur einer ganz vorn, alles andere hinten. Und hier kommt neun. Und da ist keiner. Außer Jörg Siebers. Ein Gladbacher am Boot. Das ist Christian Hochstädter. Sehr fair. Die Hannoveraner spielen den Ball ins Aus. Stürmischer Applaus. Das ist ja inzwischen zur guten Sitte geworden, glücklicherweise. Das Spiel zu unterbrechen, damit geholfen werden kann. Nochmal die Szene. In der Hochstädter sich verletzt. Er sah eigentlich gar nicht nach Eingriff des Gegners aus. Er hat sich oftmals selbst verletzt bei dieser Grätsche. Auch er kann weitermachen. Er ist ja in Turnier. Ja. Eingriff. KZUK. OREN. KZUK. KZUK. Dba BAYBUNCH. KZUK. In der Welt. wieder die elmasch in der mitte lauert koch mensch ich bin wirklich von den socken was die manoveraner hier bieten noch mal diese wunderbare szene drüben mit milos gelmasch und dann kommt im so herein dreimal hat er für jugoslawien gespielt der die elmasch hier haben wir noch mal während hemsoth dreimal also für jugoslawien auch die haben erkannt was da diese mann steckt besser allerdings schon 31 und ruht sich öfter mal aus hier haben wir sehr schön norbert themann liefert uns immer wieder die bilder wir ansprechen hans jörg kreens am boden auch eine merkwürdige szene eigentlich mehr aktion von kreens ausgehend und dabei hat er sich wohl was geholt sehr freundschaftlich kümmern sich die hannoveraner um ihn sie haben das gesehen also das ganze läuft hier in einem sehr gelassenen freundschaftlichen fairen rahmen ab bislang das ist da und dort mal ein bisschen knackt ist unvermeidlich pause für alle das wird ihnen gut tun man darf ja nicht übersehen dass dieses spiel durchaus in die verlängerung gehen kann das werden dann noch mal 30 minuten und dann noch mal elf meter schießen da braucht man volle konzentration also die beiden haben das alles erlebt und versuchen natürlich ihre kräfte sinnvoll einzuteilen die stimmung hören sie hören das unverändert gut den ich schätze mal 20.000 an hoher hand aus hannover gefällt natürlich ganz besonders gut dass ihre mannschaft hier auf trompft und sich nicht versteckt es kann schon wieder laufen wie man sieht jeder steht so exzellent da hinten überragende partie haben wir von homburg nach hannover spricht inzwischen recht gut deutsch hat dadurch auch an selbstbewusstsein gewonnen drückt sich auch im spiel aus und wieder anhofer wer läuft da links kocht das ist aber ein freund allein das war der mann mit der 6 das ist axel sundermann mit seinem stiftekopf ja die anhoferaner sind einfach schneller in richtung tor das geht fixer als bei den gladbacher inzwischen wieder so gut wie alles zurück und jetzt wollen sie alle wieder nach vorn rudy guhendorf hat mal so gespielt anfang der 60er jahre beim msv duisburg michael lorkowski der trainer hat ja gesagt wir müssen einfach spielen wir müssen das spiel was wir können und das können sie gut hier sehen wir jürgen gelsdorf der reagiert auf die schnitzer seiner spiele unten bedeutet jürgen gelsdorf seinen spielern energischer nach vorn zu rücken er sieht was da sich anbahnt dass sich die mannschaft immer wieder dahinten einschnüren lässt dass sie unter druck gerät und er will das natürlich vermeiden ja 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 alles klar es protestiert auch niemand er probiert natürlich jetzt alle 76.000 zuschauer das ist was für videos die elmas hier kann er jetzt knickern hier kann er alles zeigen was er an tricks und kniffen drauf hat verleitet natürlich auch zur übertreibung ist klar aber macht halt spaß zuzugucken immer wieder hannover bleibt dran bleibt dran und jetzt wird es da hinten schon langsam mulmig man spürt förmlich wie sich unsicherheit breitmann und wäre da nicht uwe kamps meine lieben glattbacher abseits gewinkt richtig gesehen muss man sagen torsten koop der mann der linie richter unter uns war auf draht und wilde proteste von michael lorkowski sehen wir hier ein impulsiver junge aber sehr nett locker braust halt schnell auf hat er gleich wieder vergessen klar dass der trainer das manchmal anders sieht aber der linie richter hatte recht grins versucht klutz dabei geht ihm kaum von der pelle weiß welche gefahr von ihm droht jörg neun mit weitem einwurf bis an den elfmeter punkt und hochstädter noch mal neun den holen wir in zählendorf bis ganz bis ganz Vielen Dank. Klippsen. Wieder die Annoveraner dazwischen. Kämpfen, kämpfen, was das Zeug hält. Mehr unglücklich als böswillig. Klütz gegen Kriens. Jörg Neuen beim Freistoß. Ja, das waren sie alle hinten. Daraus konnten sie nicht mehr machen. Schneider, Hochstädter. Nee, 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 sagt Schiedsrichter Bernd Heinermann. Ich habe das ganz genau gesehen, alles klar. Und Kriens hebt auch die Hand zum Zeichen des Einverständnisses. Das sah mehr nach freiwilliger Bauchlandung aus. Und dafür gibt es schon mal Gelb. Fach hat sich noch nicht oft nach vorne trauen können. Sehr schöner Pass auf Lipsen. Max, Neuen. Großer Pfeifen, Jelmasch gegen Wuschbeck. Noch eine Minute, denke ich, bis zur Pause. Immer noch 0 zu 0. Hannover hält sich wacker. Blattbach sucht nach einer Lösung. Es kommt wieder so ein furchtbares Ding von Kastenmeier. Ja, 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 und jetzt, sehr fair bleibt Max von Jörg Sievers weg da im Torraum. Und die Chance zum Konter wieder. Jawohl. Wiederholung des Freistoßes. Da bleibt manchmal nur die Faustabwehr. Gucken Sie sich das an, der Lange. Unglaublich. Welche Übersicht bei Wojt-Sitzki. 34 Jahre alt. Abstoß. Schiedsrichter schaut auf die Uhr. Wir sind eine Minute drüber, aber es gab ja ein paar Unterbrechungen. Jetzt pfeift er. Hat schon Luft geholt. Also, jetzt dann. So, 0 zu 0. Sollten die Gladbacher überheblich an die Sache rangegangen sein, dann hat Ihnen der Zweitligist in den ersten 45 Minuten gezeigt, dass das Ganze hier keineswegs im Spaziergang zu erledigen ist. Im Gegenteil. 96 hatte zwei ganz dicke, klare Torchancen und könnte durchaus in Führung liegen. Es bleibt also spannend. Es bleibt also spannend. Bis gleich. Erstmal in die Sendezentrale. Gesehen haben, alles läuft momentan für Hannover, oder? Ja gut, die Gladbacher haben ordentlich begonnen, aber mit Dauer des Spiels sind die Hannoveraner besser geworden. Und man muss sagen, dass sie 200-prozentige Torschacken gehabt haben. Und das spricht natürlich im Moment etwas für Hannover. Aber jetzt in der zweiten Halbzeit wird es natürlich so sein, dass es an die Nerven geht. Und da kommt es darauf an, welche Mannschaft sich am besten und zuerst fängt. Glauben Sie, dass derjenige, der jetzt das erste Tor schießt, vermutlich den Pott holen wird? Ja gut, das kommt darauf an, wie früh das Tor fällt. Aber je später das Tor fällt, ist natürlich klar, dass dann die andere Mannschaft in Zeitdruck gerät, um dieses Tor dann noch auszugleichen. Aber es ist schon so, dass in der zweiten Halbzeit, wer jetzt das erste Tor macht, ich glaube, der wird gewinnen. Können Sie sich vorstellen, dass Hannover unter Umständen auf ein Elfmeterschießen hinarbeitet? Na, das kann ich mir nicht vorstellen, weil das ist nachher eine reine Glückssache. Und ich denke, hier werden die Mannschaften versuchen, im normalen Spiel oder in der Verlängerung das Spiel zu gewinnen. Hannes Löhr, vielen Dank. Wenn man sich hier im Stadion umhört, die Gladbacher Fans, 15.000 sind, sind etwas lauter als die Hannoveraner. Aber auch dort sind 15.000 da. Und nun ab zu Dieter Kürten zur zweiten Halbzeit. Jo, Günther Joach, gerade angepfiffen. Bei Gladbach hat es einen Wechsel gegeben. Es ist mit der Nummer 12 Joachim Stadler drin. Der 22-Jährige, 1,91 lange, frühere Lauterer, U21-Nationalspieler. Hat Benderes am Knöchel auskuriert. Mal sehen, wie gut. Und raus ist mit der Nummer 4, Sie haben das auch vom Stadionlautsprecher gehört, und Thomas Huschbeck. Und wie wir jetzt schon erkennen, wird sich Joachim Stadler um Milos Djelmas kümmern. Und das war ja auch wohl deutlich zu sehen, dass da Huschbeck seine Probleme hatte, als der querliche Jugoslave wirbelte. Joachim Stadler Joachim Stadler Joachim Stadler Joachim Stadler Joachim Stadler Joachim Stadler Das ist für Max. 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 Max. das ist für Max. in die Beine. und der ist für Max. Max. ist für Max. das ist für Max. das ist für Max. das ist für Max. das ist für Max. 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 Max. ist für Max. das ist für Max. 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 Max. ist für Max. Max. ist für Max. ist für Max. ist für Max. ist für Max. Max. ist für Max. ist für Max. ist für Max. Max. ist für Max. Max. ist für Max. ist für Max. ist für Max. ist für Max. Max. ist für 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 Max. das ist der neue mann wach geschoben stürmerfoul stürmerfoul von michael klinkert schiedsrichter gefällt mir sehr gut und jelmasch macht sein spielchen wie während der ersten 45 minuten zur freude der zuschauer 9 ist da draußen in der mitte reifen sich alle an den kopf und sagen den hättest du besser geflankt mein freund das sind die glattbacher die da pfeifen die möchten natürlich mehr stürmerisches erleben vor allem von ihrer eigenen mannschaft jetzt lässt die konzentration auf beiden seiten nach das ist auch gar kein wunder heiß gute halbe stunde jetzt gleich gespielt in der zweiten halbzeit die kräfte lassen nach zu spät zu spät wo spielt er nicht hacke neun stand hinter ihm erst wartest bis zwei man da sind also meine hoffnung war groß dass das ganze jedoch sehr viel flüssiger ablaufen könnte nachdem die glattbacher etwas aufdrehen neuer wechsel 14 martin dorlin gegen den neuner martin max dorlin soll jetzt endlich seine form gefunden haben der schwede dunkelbraun sein vater ist venezuelaner und jetzt immer mal gespannt die klasse hat jemand von ihm erwartet als man ihn nach plattbacher holte sehr viel zeit hat er natürlich nicht mehr eine viertelstunde vorerst bei normalem ablauf schlütz die elmasch entschuldigt sich bei starke oder will es tun er nimmt die entschuldigung nicht an und gelsdorf ist im brass kein wunder das schien so als würde ihm das ein wenig zu bunt aber so geht es natürlich auch nicht mit der brechstange beistoß glattbach da haben wir ihn zum ersten mal am ball axel sundermann der extra seine hochzeit verschoben hat auf kommenden mittwoch mit einwilligung seiner zukünftigen ehefrau vorsicht und kastenmeier ras zurück martin schneider jörg 9 machte allein flipsen schneider rechts ist kastenmeier und das ist dorlin und in das abstill des schweden spritzt der däne schönberg kastenmeier 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 9 nicht schlecht und die elmasch doch 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 völlig klar christian hochstädter hat das bein oben das sieht man noch mal hat schon gelb höchste gefahr hier sehen wir es noch mal ganz deutlich jetzt jetzt klemmt er ihn ein und hebt das bein muss man pfeifen die eintrittskarte zu diesem spiel oder zu den beiden pokalspielen vorher waren ja die damen dran berechtigte zur kostenlosen benutzung der öffentlichen verkehrsmittel das war ja immerhin schon ein angebot sah mehr nach pflegefall aus als nach akutem notfall also die elmasch macht mit weiterhin schönberg ganz rechts hin so hast doch alle zeit der welt junge 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 was soll denn das die nerven die nerven jetzt wieder einer dieser mächtigen einwürfe von axel sundermann und eigentor ist es ja das fach sah aus wie fach oder klinkert soll noch mal gucken den hat er mit mühe und not noch rausgefischt wo bekam es kommt der einwurf mal gucken wer macht das denn da hinten ja ich tippe auf fach ecke und noch mal naja er versucht natürlich jetzt zu retten was zu retten ist da hinten holger fach vielleicht klappt es ja dann dritten mal mal gucken war einen halben meter hinter ihm inzwischen schneider schönberg wirst du sind uwe jursch 0 zu 0 die 40 minute läuft in der zweiten halbzeit weiter sagt der schiedsrichter war nicht so schlimm kastenmeier bleibt dran und jetzt haben die elfer gelegenheit auf den platz zu gehen weiß ich werde das war genau richtig hingeguckt heute ja ist maxel sondermann ja hat schon ausgeholt und zugestoßen aber spiel geht mit abstoß weiter fünf minuten noch 0 zu 0 beide schnuppern schon in richtung verlängerung bis zum bis zum dich 3 Sondermann, Josch. Schön gemacht, Kastenmeier, ich müsste Ihnen mal einer helfen. Darlin Schneider stürmt mit, wird er pfeifen müssen, Schönberg gegen Darlin und jetzt kommt die Stunde des Thomas Kastenmeier, das ist seine Distanz, hat er lange trainiert, sein Trainer hat ihn früher Bretter und Stämme in den Weg gestellt und er hat versucht diese Mauer aus Holz zu umschießen und jetzt, mal gucken, steht eine Mauer aus Hannoveranern da, der Anlauf ist gar nicht so groß, aber der Schuss ist brutal hart. Das können wir ja später mal Roman Wojcicki fragen, der hat ihn weggekömmt. Grins, rund neun, geht weiter. Festgehalten, Hemsoht, hat er auch gepfiffen. Also Herr Heinemann muss ich sagen, à la bonheur, erstklassige Leistung, kein Fehler bis jetzt. Und Michael Wojcicki denkt sich wohl, wie nah waren wir dran, wie gut halten wir dagegen. Ein Jammer, den wir hier noch verlieren. ... Vielen Dank. Schönenberg, einer müsste mitgehen, das ist alles zu. Kastenmeier hat er allenfach in die Mitte gespielt, um mal zu gucken, ob der Ball vielleicht zu einem Mitspieler kommen würde. Nix da. Neun. Ja, war doch klar, Dorlin, war doch klar, dass er so spielen würde. Und jetzt geht der überragende Mann in der Hannoveraner Abwehr. Ringkampf. Ringkampf zwischen Stadler und Jelmasch. Die beiden werden Freunde fürs Leben. Die 45. Minute läuft, der zweiten Halbzeit. Freistoß. Und das hätte die Entscheidung, die endgültige Entscheidung sein können. Stattdessen nochmal Ecke. Und Schluss. Herr Schiedsrichter ging in Deckung. Weil er dachte, der Hannoveraner Kretschmer würde nochmal abladen. 0 zu 0 in der normalen Spielzeit. Verlängerung 2 mal 15 Minuten.